ich meine ja hier scheint überall feuer durch ich glaube kaum dass damit gemeint ist dass ich jetzt hier anfangen soll feuer zu löschen da habe ich was gelöscht da ist nichts zu löschen ob zur hölle konnte ich da gerade durchwerfen wo soll es mein coolstone jetzt hin es muss ja irgendwie einen weg hier raus geben hmm out of energy achso ja ich kann das werfen wohin ich will das bringt auch nichts der bringt auch nichts das hat zum glück nicht arg wehgetan machen wir mal das licht wieder an das ist ja unerträglich sonst also irgendeinen weg heraus muss es doch geben nein ein stein gegen die feldsand werfen wir nichts edelsteine bringt leider auch nichts fleisch kann doch nicht sein dass es hier absolut keinen ausweg geben soll ich sehe auch keine versteckte wand ist sie keinen knopf ich sehe nur einen hebel und nix was ich öffnen oder schließen könnte nichts was ich hier rein legen könnte die ist jetzt hier gerade fest also ja es halb so wenig habe ja doch mein autosave vom blauen kristall sind ich sehe hier absolut gerade keine Keinen Weg. Das ist nämlich auch kein Knopf. Und hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Nein. Und die Wand kann ich nicht einschlagen. Nee, da ist kein Schiff. Hm, hm. Selbst wenn ich wieder dunkel mache, könnte ich den hier gegen die Wände werfen. Ja, da müsste hier hinter was sein, weil da sehe ich das Licht durchscheinen. An einen anderen Mauern sehe ich nichts. Hier sehe ich keinen Knopf zum Drücken. Ich finde hier die Übergänge schön gemacht. Äh, ja. Thema Abweichen, das bringt auch nicht viel. Das bringt uns gar nichts, dass wir hier drin festsitzen. Nö. Nö. Hm, hm. Also ins Main-Menü. Jetzt hat sich auch die FPS-Rate, äh, normalisiert und das Auto-Safe-Laden. Also Volcanic Area kann ich erstmal meiden. Nöterweise. Das heißt, es bleibt noch die Ancient Stronghold. Und wieder laden. Oh, Moment, da fällt mir was ein. Ich lad noch mal kurz meinen Quick-Safe, weil der war, nachdem ich die Dinos besiegt habe. Also die Fire-Lyswords, besser gesagt. Mit dem, den kann ich nicht einfach irgendwo shiften, oder? Nee. Pff. Das war, bevor ich mir den Obsidian genommen habe. Vielleicht werde ich den Obsidian dann liegen lassen und den eben ziehe. Nee. Egal was ich hier drin drehe und wende nix dieser Hebel bringt auch nix ok vom Mainmenü nochmal den Autosafeladen hm ja von hier aus kommen wir nur nach da oben hoch hier kommen wir nirgends raus damit kann ich mich nochmal hier runter shiften so was kann ich hier einsetzen nicht das hier auch nicht das hier auch nicht das hier nein das Zahnrad passt da auch nicht das passt da auch nicht ja und das bringt mich wieder hier hin ok da würde alles mögliche steinförmige reinpassen oh ich glaube ich weiß wo ich hier bin das hier wird wahrscheinlich das alte Portal sein garantiert ist das hier das Ancient Portal oh ich bin hier warte ich bin hier ja doch ich bin hier ich bin hier und ich bin hier auch im Ja, gut. Ja, der Waste-Incrater. Ich war auch immer den bedient.